so hallo liebe freunde herzlich willkommen zu dieser ersten folge des screencasts von datenschauer mit dem namen im ex mein wissenschaftliches leben in reintext form es soll der beginn einer serie sein über mein wissenschaftliches arbeit mit im ex diesen wunderbaren tool und werkzeug dass mir meinen digitalen alltag vor allem in meiner arbeit aber auch in meinem persönlichen leben enorm erleichtert und das heute hier diese erste folge soll so ein bisschen ein teaser sein was im ex ist wie ich im ex in meinem alltag verwende und möchte einfach ein paar sachen zeigen das ist sicherlich nicht alles aber so die kern themen die ich so mit diesem werkzeug bearbeite und vielleicht immer mal so ein bisschen eingestreut auch ein bisschen was über mich und wie ich das ganze so integriere und das ziel dieser serie ist auch mal einen deutschsprachigen screencast so eine deutschsprachige serie zu haben zum thema im ex und vor allem wissenschaftliches arbeit mit im ex es gibt wunderbare viele gute tiefgehende youtube videos und auch blog beiträge tutorials vieles vieles wiki einträge und so weiter die die das thema im ex self management personal information management und so weiter bearbeiten und darauf eingehen und die sind wirklich gut und auch ich kann natürlich das rad nicht neu finden aber ich möchte aus meiner ganz speziellen perspektive einen blick darauf werfen und es eben auch einer deutschsprachigen community zur verfügung stellen wie gesagt ich selbst bin wissenschaftlicher mitarbeiter an der universität in regensburg in der arbeitsgruppe methoden der empirischen bildungsforschung und wir arbeiten sehr stark eben statistisch weil wir eben empirisch arbeiten und als wissenschaftler jeder der selbst studiert oder eventuell auf dem weg einer wissenschaftlichen karriere ist oder schon mal ein bisschen in der akademischen welt gearbeitet hat der weiß dass es als wissenschaftler eigentlich so ist als wärmann selbstständig das heißt das thema selbstmanagement selbstmanagement selbstoptimierung zeitmanagement spielt eine enorm wichtige rolle und die aufgaben die im alltag anfallen im universitären alltag die beschränken sich ja nicht nur auf das wissenschaftliche arbeiten an sich sondern sind auch mit sehr sehr viel verwaltungsaufgaben der zusammenarbeit in teams mit anderen leuten verbunden und da ist es natürlich extrem wichtig all diese aufgaben die man da hat zusammenzufassen und zu bündeln und emacs dieser editor den ich jetzt auch gleich vorstellen werde im hintergrund seht ihr emacs schon laufen ja es wird auch so sein dass ich mich dann auch ausblenden werde und eigentlich so im ex den ganzen raum dieser präsentation auch einräumen möchte diesen ganzen raum geben möchte dass man das auch so ein bisschen mitverfolgen kann und das möchte ich einfach zeigen wie dieses werkzeug diesen alltag enorm bereichert und wie ich es eigentlich einsätze im ich benutze im ex seit gut zwölf jahren wirklich täglich ich kenne im ex schon länger ich habe im ex kennengelernt ich glaube 2008 auf den linux tagen in erlangen als ich noch in nürnberg gewohnt habe mit meiner frau zusammen und in erlangen studiert habe dort war ich auf den linux tagen und dort habe ich im ex das erste mal kennengelernt eigentlich als ein editor für latech oder leitech oder wie auch immer man es aussprechen möchte ich sage eigentlich meistens latech das ist ein eine programmierumgebung um texte und zwar druck erzeugen des pdfs und so weiter herzustellen und latech wird vor allem im bereich der naturwissenschaften eingesetzt weil man da sehr viele formeln hat sehr komplizierte formeln und mit latech kann man diese sehr gut darstellen außerdem ist die ausgabe von latech wenn man mal ein dokument damit erstellt einfach schon typografisch wunderbar in ordnung ja man braucht sich da um die typografie nicht so zu kümmern wie zum beispiel in word oder in libreoffice writer oder sonstigen tools word prozessoren und da habe ich im ex kennengelernt witzigerweise ich selbst habe ja theologie und philosophie studiert und ich habe latech durch meinen dozenten und professor damals im neuen testament der viel gemacht hat auch zu zu alten urkunden geforscht und da ist es sehr wichtig so einen textkritischen apparat zu erstellen ja also sehr viele symbole irgendwo platzieren sehr komplexe symbole die in normalen schriftsätzen eigentlich nicht so vorkommen und da kommt man gar nicht drum rum um dann ordentliches dokument zu setzen dass man latech einsetzt und das habe ich dann auch gemacht und da war ich eben auf diesen linux tagen in erlangen hat jemand im ex vorgestellt und es war so total komisch weil ich war es gewohnt in so einer grafischen benutzer oberfläche zu arbeiten da war jemand der hatte einfach so einen puren text editor ja einfach nur text und hat mit dem alles gemacht und hat dann auch so sachen gesagt wie ja und ich ließ auch noch meine mails darin und verarbeitet die und eigentlich mache ich alles in im ex und das war so unglaublich aber ich habe das da gar nicht so weiter verfolgt und dann war ich angestellt bei einem großen automobilhersteller in regensburg und dort bin ich dann das erste mal mit org mode in kontakt gekommen und org mode ist so ein eine erweiterung für im ex mittlerweile ist sie in im ex selber schon drin also wenn man im ex aus dem internet herunterlädt installiert dann ist org mode schon dabei und org mode ist so dieses um umfassende organisations informationsverwaltungstool es ist einfach unglaublich was man mit org mode alles machen kann und das war so der grund vor zwölf jahren dass ich eigentlich auf emacs umgestiegen bin und es seitdem eigentlich so meinen alltag immer begleitet sowohl in meiner wissenschaftlichen laufbahn als auch in meiner laufbahn das hat sich immer so bei mir verschränkt als programmierer ich war in firmenangestellt als entwickler und von daher auch dort habe ich im ex immer eingesetzt und das möchte ich jetzt einfach zeigen so ein bisschen deswegen blende ich mich hier mal aus und geht mal hier auf im ex frei und ja warum im ex ich habe schon ein bisschen darüber gesprochen ich will jetzt nicht diesen ganzen text vorlesen aber es ist ja ein bisschen komisch warum sollte man so ein editor der aus dem jahr 1984 stammt ja die jetzige im ex version so wie wir im ex kennen stammt von 1984 ja ist also jetzt mittlerweile 35 jahre alt und ja wieso sollte man so ein altes ding benutzen das dazu auch noch nicht sehr modern aussieht aber im ex benutzen weltweit millionen von menschen es wird nach wie vor erscheinen ja jährlich neue versionen davon die community die erweiterungen beisteuert zu im ex ist enorm groß und es gibt eigentlich so gut wie nichts was man mit im ex machen kann und es ist so ein all in one thing dass man einmal startet am tag und dann ist man da einfach drin und macht so seine arbeiten und muss es eigentlich kaum mehr verlassen und für mich ist im ex vieles ich habe sie so ein bisschen aufgelistet organisationstool es ist eine literaturverwaltung es ist eine informationsverwaltung es ist mein schreibwerkzeug mein datei management mein file browser meine komplette programmierumgebung es ist ein versionskontrollprogramm es ist mein journaling tool meine ich benutze es zur tabellenkalkulation oder generellen zur manchmal auch zur ansicht von daten in tabellenstruktur es ist mein mailprogramm ich nutze es zur zeiterfassung also kurzum es ist mein zweiter ski und es kann noch so so viel mehr es kann es kann als newsreader dienen es kann spotify steuern es kann natürlich wenn man das möchte videos abspielen man kann chatten damit man kann so vieles machen man kann sogar das ein oder andere spielchen spielen das integriert ist natürlich das meiste davon in textform aber auch das ist ziemlich cool für mich ist und das habe ich auch schon gesagt ich glaube darauf bin ich jetzt schon so ein bisschen eingegangen für mich ist im ex auch das was für mich ein gesunder digitaler alltag ausmacht mein alltag ist nun mal sehr digital geprägt und da ist es wichtig dass ich ein tool habe dass diese ganze informationsverarbeitung aber auch speicherung und dann auch wieder das abrufen dieser information wirklich verlässlich macht also verlässlich heißt ich kann mich darauf verlassen dass wenn ich das speichere dass es da auch bleibt und zwar nachhaltig bleibt das ist so das große problem der sich schnell verändernden digitalen landschaft da ist dieses eine tool sei es jetzt evernote oder microsoft one note da und das wird folgehypt oder irgendwelche apps auf dem ipad aber nach gut fünf oder auch zehn jahren verschwindet dieses tool einfach wieder und die dateien die damit erstellt wurden liegen in irgendeinem proprietären format vor dass mit keinem anderen programm gelesen werden kann und jetzt stellt man sich mal vor man hat zehn jahre wirklich da in diesem programm gelebt und hat seine notizen angelegt seine ganzen literatur verwaltet seine ganzen texte geschrieben und plötzlich kann man auf diese datei nicht mehr zugreifen das ist also der der supergau und bei im ex ist alles rein textform es ist einfach text es ist nichts anderes wie dieser text den man hier auf dem bildschirm sieht da ist nichts mehr drum rum da passiert nichts damit und das ist einfach ja im ex gibt seit 35 über 35 jahren die urversion kommt sogar aus dem jahr 1976 und es wird nach wie vor entwickelt da weiß ich einfach in 10 20 jahren wird es im ex mit sehr hoher wahrscheinlichkeit immer noch geben und selbst wenn es im ex nicht mehr gibt es sind reine text dateien text dateien kann ich mit jedem programm ja mit dem kleinsten simpelsten programm öffnen und durchsuchen und habe immer noch zugriff drauf also das ist wirklich verlässlich und gleichzeitig weil im ex auch so pur ist also ich mein pur in diesem sinne von es nimmt so diese komplette oberfläche weg oder wie oft haben wir programme die entweder ein total schlecht eine eine ein schlecht designtes user interface haben oder bei denen ständig das user interface wechselt aber bei im ex kann ich es mir genauso einstellen wie ich das möchte und bin fokussiert auf meinen text und nichts lenkt mich ab und ich habe es genau so konfiguriert dass ich genau weiß wie ich die dinge handhabe also ich kann im ex komplett auf mich zuschneiden so wie ich will dass es aussieht dass es sich verhält so verhält es sich auch und es ist extrem mächtig natürlich kommt mit so einer macht auch ein eine steile lernkurve mit dadurch dass im ex eine integrierte programmiersprache hat dass eigentlich jeder tastendruck oder tasten kombination die ich mache das wird man gleich sehen eigentlich in einem aufruf in dieser programmiersprache von einer funktion ist das ist natürlich extrem mächtig aber das das heißt auch die lernkurve im ex anzupassen und zu benutzen ist natürlich hoch aber ich fand dass der der ausblick gerade in der verwendung von org mode so enorm ist dass es sich einfach lohnt in diese lernkurve rein zu gehen und ich glaube man kann sehr schnell sehr viel mit im ex machen und das ist ja auch der sinn diese serie so ein im ex so eine frische installation von im ex zu nehmen und dann stück für stück aufzubauen und die ganzen funktionen zu zeigen wie ich sie so in meinem alltag vor allem verwende und damit hoffe ich natürlich auch menschen so ein bisschen diese angst davor zu nehmen und den einstieg zu erleichtern und wenn das dann mal so ist also wenn man so dieses tool mal für sich so konfiguriert hat dann reduziert das aber auch die komplexität ich brauche nicht mehr darüber nachdenken was nehme ich jetzt schon wieder von programm oder gibt es wieder diesen neuen super editor früher war es g edit dann kam sublime dann kam atom dann kam jetzt ist es vs code von microsoft und oder ich arbeite viel mit python da ist es dann pie charm oder sonst irgendwas ja und ich muss nicht schauen immer wieder neuen editor zu lernen immer wieder eine neue umgebung zu lernen oder von evernote auf one note oder von der to do list auf die to do list oder von meiner notiz app von mac os und ios auf windows das gibt es dann da wieder nicht wenn ich jetzt betriebssystem wechsel im ex gibt es für jedes betriebssystem also wirklich natürlich die verschiedenen linux derivate unix systeme mac os windows free bsd open bsd you name it im ex ist eigentlich schon da und im ex läuft sogar in der kommando zeile wenn ich mich mit irgendeinem server connecte und dort irgendwas machen möchte in der reinen shell umgebung mich befinde im ex ist da und ich kann im ex benutzen und ich weiß genau wie es benutzen kann und einrichten kann und das reduziert komplexität und ich glaube das ist auch wichtig in dieser digitalen welt komplexität zu reduzieren aber jetzt habe ich ganz schön viel hier gesagt und noch eigentlich gar nichts von im ex so richtig gezeigt und deswegen würde ich sagen gehen wir doch jetzt mal in medias res und schauen uns erst mal org mode an was ist org mode ich öffne mal eine datei ich habe hier so bookmarks und ich gehe mal hier auf meine task.org und das sehen wir schon org mode ist das was man ein outliner tool nennt outliner heißt ich habe hier so ein so eine so einen skelett ja dem ich mich immer tiefer hinunterhangeln kann ja so das heißt ich habe hier eine eine struktur eine strukturen überschriften eine hierarchische baum struktur die ich wo ich ganz leicht einfach nur mit einem tastendruck ein ja eine weitere note einen ein weiteres blatt einen weiteren ast hinzufügen kann und und das coole ist ich kann jetzt ich habe jetzt hier so ein eine überschrift und diese überschrift kann ich jetzt in eine aufgabe verwandeln wer das kennt zum beispiel aus dem getting things done paradigma oder dem buch auch getting things done von ich glaube erst david allen wenn mich nicht alles täuscht dann kann ich hier aufgaben strukturieren mit das ist jetzt meine nächste aufgabe oder das ist ein to do da gibt es dann noch eine eine unter aufgabe und so weiter und das ist dann mein next und natürlich möchte ich für diese aufgabe auch eine deadline vergeben hier unten geht ein kalender auf und dann sage ich okay kann ich hier diesem kalender hier navigieren und sehe ich okay das muss am mittwoch fertig sein und dann gehe ich hier hin und sagt gut am mittwoch um 8 uhr 30 so da muss diese aufgabe fertig sein und damit beginnen möchte ich aber zum beispiel sage ich war am montag also morgen möchte ich möchte ich damit beginnen okay und jetzt habe ich da ein schedule und eine deadline und dann möchte ich natürlich noch sagen was ich so für aufgaben zu tun habe und kann mir da auch hier so ein eine liste machen also item 1 dann nochmal hier rein item 1 und dann 2 und item 3 so und dann kann ich sagen okay ich will diese aufgabe tracken wie viele items habe ich da eigentlich null von drei habe ich erledigt und dann am montag gehe ich her und sage okay dieses item ist erledigt dieses item ist erledigt und dieses item ist erledigt und jetzt wird es da oben grün und dann kann ich noch sagen okay diese aufgabe ist abgeschlossen und das ist die aufgaben verwaltung ich könnte auch noch so prioritäten setzen irgendwie sowas also das könnte ich noch machen und gut jetzt habe ich natürlich diese ganzen aufgaben irgendwie definiert jetzt möchte ich natürlich auch noch einen überblick über diese ganzen aufgaben haben und dazu gibt es ein agenda view ich mache das hier mal ein bisschen größer dass ihr das hier auch besser sehen könnt kann ich jetzt ein bisschen verschieben und ja genau hier kann ich also zwischen den agenten hin und her springen ja kann auch termine verschieben kann auch zu einem bestimmten tag springen also und natürlich wenn ich zu einer aufgabe hier hingehen dann kann ich da auch direkt zu dieser aufgabe hinspringen also sehr sehr viele möglichkeiten die ich habe ich kann den aufgaben auch noch tags geben hier ist natürlich der tag uni ich kann nach den tags filtern und so weiter und so weiter also diese es ist wirklich so ein persönliches informationsmanagement dass ich täglich also wirklich das ist das erste was ich am tag wenn ich arbeite eigentlich starte ist hier so mein task file und meine agenda und dann sehe ich genau was muss ich tun welche meetings habe ich kann mir zu den meetings notizen machen und ich kann die aufgaben verschieden kategorisieren und so weiter und so weiter so das ist org mode natürlich ist es wichtig für mich in meinem wissenschaftlichen alltag literatur zu verwalten und es ist auch möglich ich habe schon gesagt ich schreibe eigentlich alle meine arbeiten oder habe alle meine arbeiten immerhin latech geschrieben und mit org mode geht das noch einfacher und bei latech benutzt man ja immer dieses fallformat bibtech und in emacs kann ich dieses bibtech format wie eine literatur datenbank verwenden und das zeige ich jetzt mal so das kann man für ein bisschen größer machen hier gehen wir mal hier runter das kann man auch ein bisschen größer machen so und ja hier kann ich einfach habe ich all meine meine literatur natürlich kann ich auch sehr leicht nach literatur suchen moment jetzt ist es mir leider jetzt sind wir wieder da natürlich kann ich auch sehr leicht nach literatur suchen zum beispiel wenn ich hier mal nach fuco suche und dann kann ich hier die ganzen literatur einträge durchgehen und hier unten sehe ich immer den typ auto und so weiter natürlich kann ich auch neue literatur hinzufügen dann kann ich dann sagen okay das ist ein naja nehmen wir mal einfach ein buch und der autor hier habe ich natürlich schon alle meine autoren ja die ich schon in der datenbank drin habe natürlich kann ich da auch neu hinzufügen es könnten auch mehrere autoren sein und ja kann das ganze hier bearbeiten und das beste ist ich werde es jetzt natürlich nicht speichern aber das beste ist ich kann hier diese literatur auch zusammenfassen also immer wenn ich literatur lese möchte ich natürlich wichtigste teile zusammenfassen und das kann ich hier auch leicht machen man sieht es springt hier sofort in den neuen buffer übrigens all diese sachen die in imax offen sind die nennt man einen buffer ja und die einzelnen abgegrenzten rechtecke und vier geht nennt man windows und in diesem window ist jetzt eben ein buffer und er hat mir einen org mode buffer hier aufgemacht mache ich auch mal ein bisschen größe für euch und ja hier kann ich ganz leicht meine literatur zusammenfassen kann auch auf andere sachen irgendwie verweisen und ja ist hier relativ einfach einfach jeder durch zu springen das ist meine literatur verwaltung ich kann also literatur aufnehmen ich kann nach literatur suchen und ich kann notizen also meine notizen die ich mir gemacht habe in einem org mode file zu jeden einzelnen eintrag hinzufügen so schließen wir das mal gehen wir mal hier hoch was auch gut ist ich schaue mal ich suche mal was ich suche mal was ich suche mal was deswegen Was ich auch machen kann, ich kann hier eine Reading-List mir mehr oder weniger anzeigen lassen. So, das heißt, ich kann verschiedenste Literatur zu so einer Reading-List hinzufügen und hier sehen wir es auch schon wieder, natürlich ist auch diese Reading-List in Org-Mode. Das heißt, ich kann hier To-Dos hinzufügen zu jedem Stichpunkt. Ich kann markieren, wenn ich mit einer Literatur begonnen habe. Ich kann diese ganzen Literatureinträge auf meiner Reading-List auch in verschiedene hierarchisieren und ich könnte natürlich auch hier irgendeine Deadline vergeben, irgendeinen Schedule und so weiter und so weiter. Auf jeden Fall kann ich hier mir sehr leicht einen Überblick verschaffen, was ich noch lesen muss, was ich noch lesen will und so weiter. Gut, das war die Literaturverwaltung. Dann mein zweites Gehirn. Das ist so eine Sache. Es ist ja ganz wichtig, seit mehreren Jahren benutze ich das Prinzip des Zettelkastens. Das heißt, wann immer ich über irgendwelche Dinge nachdenke, versuche ich mir Notizen zu machen und zwar sehr gute, ausführliche Notizen. Nicht die Notizen, die direkt zu einem Buch gehören, das ist die eine Sache, die ich gerade gezeigt habe, aber eben auch unabhängig davon, dass ich die verschiedensten Informationen zusammenbekomme. Und dass dadurch, dass ich mehr oder weniger verschiedene Notizen habe und verschiedene Notizen aufeinander verweisen können, so entsteht mehr oder weniger ein Netzwerk, so ein Gedanken- und Wissensnetzwerk, auf das ich zugreifen kann. Und auch dafür gibt es eine Erweiterung für Emacs, die nennt sich Org-Rome. Die Basis ist eben da auch, Org-Mode. Und das möchte ich jetzt mal zeigen. Ich kann hier reinspringen und kann jetzt irgendeinen Punkt aufrufen. Zum Beispiel hier diesen Punkt, wo fangen wir mal an? Fangen wir doch mal bei der deskriptiven Statistik an. Jetzt habe ich diesen Punkt, deskriptive Statistik. Dazu habe ich natürlich eine Bedeutung aufgeschrieben. Und man sieht es hier schon, es verweist hier auf eine Literatur. Die steht hier unten, ganz unten in der Zeile. Könnt ihr das lesen. Und... So. Jetzt. Und natürlich kann ich jetzt das Thema messen, spiele in der deskriptiven Statistik natürlich eine enorme Rolle. Und jetzt kann ich einfach, wenn ich das möchte, zu dem Punkt messen springen. Und auch hier ist jetzt der Punkt Wissenschaftstheorie. Naja, dann springe ich also zu dem Punkt Wissenschaftstheorie. So. Und so kann ich mich von einem zum anderen irgendwie hangeln. Das heißt, ich baue mir hier selbst ein Wissenssystem auf, das dem so einer kleinen Wikipedia dient. Das heißt, ich fange bei einem Begriff an, spring da rein und kann mir sofort anzeigen, was ich noch mit dem Begriff verknüpft habe. Und das Ganze kann ich mir sogar anschauen, zum Beispiel im Browser. Jetzt muss ich das kurz hier mal in, da ich das noch nicht eingerichtet habe, in meine Screening-Software starte ich das jetzt erst mal hier. Ich sehe das jetzt hier schon im Browser. Das ist schon mal ganz gut. Schauen wir mal. Ja, wunderbar. Ich sehe das jetzt im Browser. Damit es ihr seht, richte ich das hier mal kurz ein. So. 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 so gleich habe ich doch lieber eine fensteraufnahme hier und genau so wunderbar jetzt dürftet ihr hier meinen browser sehen und es ist eine abbildung dieses netzwerkes ja ich kann hier sehen welche punkte ich hier habe und sehe quasi dieses system ich kann es auch auf 3d umschalten dann kann ich hier das ein bisschen plastischer das ganze sehen man kann dann schauen wo ich da hinkomme da aber diese ansicht noch relativ neu ist da gab es eine änderung bei augraum früher konnte ich von diesen punkten im ex zurückspringen weil ich will ja sehen wo ich hier hinkommen das geht jetzt zurzeit nicht so ganz aber das wird sich bestimmt ändern und dann kann ich hier die verknüpfungen auch direkt in im ex aufrufen gut wieder zurück zu im ex also das ist augraum augraum ist so mein wissensnetzwerk so dass ich wirklich auch teilweise kleine texte habe fertige gedanken habe die ich dann weil auch das ist ja ein teil des wissenschaftlichen lebens dieses thema publish or perish also das heißt du musst schreiben um zu bleiben wer schreibt der bleibt wir müssen artikel veröffentlichen und das eigentlich relativ häufig leider ist es so dass ist natürlich sehr frustrierend kann auch belastend sein aber gerade wenn man so ein tool hat wo man immer auf sein eigenes wissensnetzwerk uns auf seine schon ausformulierten gedanken zugreifen kann macht es natürlich total einfach die dann auch wieder in artikel einzubauen also von daher das ist eine richtig tolle sache die ich auch mehr oder weniger fast täglich verwende wenn ich über bestimmte sachen nachdenke der nächste punkt ist eben im ex und hier wieder org mode zu benutzen als ein wirklich mächtiges schreibwerkzeug dazu möchte ich mal eine datei aufrufen so das ist ein kurs ein passen kurs an dem ich gerade arbeite und man sieht hier schon hier sind so ein paar optionen eingefügt und diesen kurs diese schriftstück möchte ich veröffentlichen im internet entweder als eben html file oder auch als latech file und es sieht ja ziemlich komisch aus ja also ich habe eine einleitung aber eigentlich ist die einleitung ein to do ja und hier steht null prozent also das sieht ja nicht so aus als könnte man das irgendwie veröffentlichen ja auch da oben drüber sorry auch da müssen langsam gerade wegen obs das da im hintergrund läuft auch hier irgendwelche to do's ja die ich mir irgendwie hier definiert habe die in meine agenda einfließen ja damit ich dran bleibe an dem kurs dass ich weiß was ich noch zu tun habe wo ich noch nachschauen muss und so weiter und so weiter also sieht doch irgendwie komisch aus aber wenn ich jetzt eine kleine tastenkombination drücke kommt ihr so ein export menü und dann sage ich einfach okay das will ich als html file exportieren und öffne es mir doch bitte dann gleich in einem browser so es dauert ein bisschen jetzt ist es fertig und geöffnet hat es allerdings gerade leider nicht deswegen werden wir das jetzt hier mal aufrufen ich muss mal kurz hier hin navigieren wo ich das abgespeichert habe und dann schalte ich wieder auf meinem browser um und dann seht ihr dass es hier wirklich wunderbar exportiert wurde auch hier mit menü struktur es gibt also verschiedene sims die hier nehmen kann auch hier diese ganzen code beispiele die die links sind gesetzt und so weiter und so weiter also diese export funktion von org ist wirklich unglaublich und ja und genauso funktioniert es auch mit latech so habe ich zum beispiel meine komplette masterarbeit in org mode geschrieben und dann einfach natürlich ein paar latech hätte gesetzt ein paar optionen gesetzt und so weiter aber dann war es eigentlich nur noch diese eine tastendruck und auf export latech gedrückt und schon kam ein wunderbares ergebnis heraus ja ich kann das auch hier mal in obs zeigen ob es zeigen ich brauche noch hier nur eine neue ich brauche gar keine neue fenster aufnahme ich kann das ja hier auch im browser öffnen ich kann mir hier die pdf öffnen die hier generiert wurde okay es ist noch eine alte version die wurde am 28 mai exportiert aber hier schön mit inhaltsverzeichnis dann auch das image und ja es sieht einfach so aus wie man so ein pdf gewohnt ist das mit latech erstellt wurde oder fehlt noch einiges aber auch hier der code wurde schön exportiert er wurde auch farblich abgehoben und so weiter und so weiter also ja wie man das gewohnt ist und das kommt alles aus diesem einen org mode aus diesem file kommt das heraus einfach mit einem tastendruck und das ist halt wirklich stark das heißt ich schreibe an diesem dokument ich arbeite an diesem dokument ich habe hier meine aufgaben drin ich habe eine übersicht wie weit ich schon bin mit dem ganzen dokument ich kann mir weitere to dos erstellen ich kann mir tabellen erstellen da kommen wir gleich noch dazu und ich sehe das auch alles in meiner agenda meiner täglichen agenda das ist wirklich kaum zu toppen also ich kenne kein latech schreibwerkzeug und das ist ja nicht nur latech ich kann das ja auch exportiert wie gesagt in html exportieren ich kann das auch in ein libreoffice dokument format exportieren oder ich kann es auch wenn ich so ein kleines schweizer taschenwerkzeug für unix systeme pendoc heißt das das kann ich noch vorschalten dann kann ich sie eigentlich in so gut wie jedes format bringen das ich möchte und das ist schon wirklich stark ja also das kann eigentlich kaum ein programm toppen gut datei management ja auch das ist so eine sache ich kann mehr oder weniger im ex komplett mein meine ganzen dateien alles verwalten was ich möchte ich drücke nur eine tastenkombination und komme ich hier in ja ein datei manager natürlich erst alles ist textlich dargestellt aber es ist ein vollumfänglicher datei manager hier zum beispiel diese datei hier show so so und die da unten habe ich so ein temp ich habe mich da vertippt aber ein temp folder erstellt ein temporären folder und ich kann jetzt zum beispiel sowas machen ich kann mit hier diesen screen splitten ja und ich kann auch hier rein gehen in diesen folder und jetzt habe ich so wie man das kennt vielleicht aus midnight commander oder solchen datei browser also so ein zwei fenster browser wo ich jetzt von der einen seite auf die andere seite ganz einfach kopieren kann und zack schon ist die datei auch da drüben ja und ich kann die rechte setzen ich kann sagen mit welchem programm ich die datei öffnen will ich kann sachen mehrere sachen markieren also auf mehrere dateien mehrere weniger an wenden zum beispiel wenn ich jetzt mal in ein verzeichnis gehe wo mehrere dateien drin sind vielleicht hier sind ein paar mehr dateien drin dann kann ich einfach hier ein paar dateien markieren ich kann auch mit regex ausdrücken wenn das was sagt nach dateien suchen die markieren und dann kann ich einfach sagen okay jetzt setze die für die rechte für diese dateien so und so jetzt lösche diese dateien und so weiter und so weiter das alles kann ich direkt in im ex machen und das ist auch extrem mächtig auch dafür muss ich im ex nicht irgendwie verlassen und das coole ist es ist ja so ich muss auch viel auf servern unterwegs sein oder muss auch viel eben mit der kommando zeile machen und natürlich hat im ex einen kommando zeilen interpreter auch dabei so dass ich hier direkt in der kommando zeile arbeiten kann also auch von hier aus programme aufrufen kann sachen starten kann sachen überwachen kann und so weiter und so weiter es läuft eigentlich alles da drin ja das alles geht also wirklich wunderbar mit mit im ex gut kommen wir zum nächsten punkt programmierumgebung als in wer in wer irgendwie empirisch arbeitet heutzutage und das gilt ja nicht nur für mathematiker naturwissenschaftler sondern eben für die sozialwissenschaftler psychologen linguisten und so weiter und so weiter allein der muss schon irgendwie programmieren ob das jetzt mit python ist oder er oder er muss irgendeinen server aufsetzen er muss heutzutage mit code umgehen viele wissenschaftler und wissenschaftlerinnen müssen heutzutage mit code umgehen und da ist natürlich so ein text editor prädestiniert dazu aber viele entwickler sind es gewohnt eine idee zu benutzen also ein integrated developer environment das sehr gut mit der sprache in der sie programmieren umgehen kann das eben bestimmte funktionen anzeigt und so weiter und so weiter und dafür gibt es in im ex das eben auch kann sie mal machen ich habe hier auf der linken seite so meine projekte an denen ich gerade arbeite ja und dann kann ich hier ganz einfach gehen wir mal hier genau gehen wir mal auf die views hier und es geht hier ein python dokument auf und wir sehen schon hier unten welcome view leider ist jetzt hier keine documentation dabei aber er zeigt mir sofort da unten würde er mir sagen was ich damit machen kann gehen wir hier mal zu dieser render funktion hier genau dann sieht man oben in dieser mod line wie es auch heißt return a http response whose content is filled das heißt also ich kann hier ganz einfach sehen und wenn ich jetzt hier mal reingehe wenn ich jetzt mal sag hier return und jetzt sehe ich schon ich habe hier das ist bin ich ja auch von idees gewohnt dass ich hier sofort vorschläge bekomme welche funktion klasse und so weiter kann ich denn jetzt aufrufen und genau gehen wir erstmal wieder hier zurück und es werden mir natürlich auch fehler angezeigt referenzen die nicht da sind zum beispiel oder irgendwelche stylings die nicht stimmen ja also es geht hier wie man das eigentlich gewohnt ist von einer von einer programmier umgebung ich denke das werde ich in der serie auch noch zeigen genauer ich kann ja auch ein debugger anschmeißen ich kann hier auch code schnipsel einfach in meinen interpreter in meine rappel irgendwie rein schmeißen und es wird sofort evaluiert und ausgeführt ja wie gesagt ich kann ja eigentlich alles machen wie in einer ide aber zum thema programmier umgebung es ist ja auch so wenn ich als in der forschung an irgendeinem code arbeite dann ist es ja oft so ein exploratives ding ja also wirklich so ein untersuchen dass ich bekomme irgendwelche daten dann mache ich mir gedanken dazu dann führe ich ein bisschen code aus und mit die daten anzusehen dann schreibe ich wieder was habe so ein bisschen paar gedanken dazu möchte das auch irgendwie zu papier bringen oder zumindest auf dem bildschirm bringen und dann habe ich wieder ein bisschen code und so weiter und so weiter und diese diese wechsel von etwas schreiben und code das kennen vielleicht leute die mit er programmieren oder auch mit python bei python ist sind es sind es die jupiter notebooks und bei er kann man zum beispiel das markdown nehmen das heißt man mischt text text beschreibenden text mit code ja und diesen und diese dateien möchte man auch veröffentlichen und das gute ist man hat ja schon gesehen mit org mode hat man so wunderbare export funktionen das heißt das möchte ich ja haben ich möchte also text schreiben dann möchte ich code einbetten ich möchte diesen code evaluieren möchte ich wieder text schreiben und dann möchte ich das in verschiedensten formen andere menschen auch zur verfügung stellen ja also entweder eben als html datei für das web oder als latech in einem artikel und so weiter und so weiter und das kann ich natürlich auch mit org mode machen und das möchte ich jetzt gerne zeigen so lässt mich hier gerade nicht switchen und ich weiß nicht warum er mich hier nicht switchen lässt aber jetzt kann man das hier mal zu machen ich öffne mal noch eine andere datei so eine neue datei gehe ich hier mal rein und dann fügen wir mal eine Überschrift hinzu das ist ein bisschen text so und jetzt möchte ich irgendeinen code hinzufügen und das kann ich in org mode relativ einfach machen indem ich hier sage so jetzt gehen wir hier rein das war falsch hier diese zeile so und jetzt kann ich hier anfangen das ist jetzt ein ein code block für python und hier kann ich jetzt ganz normalen python code schreiben also zum beispiel sowas wie quadriere x jetzt sehe ich schon python braucht ja irgendwie so eine Einrückung ja also das ist ja jetzt ein text und ich will jetzt hier auch so ein bisschen die Funktionalität von meiner ide haben und auch das kann ich machen jetzt ist ein neues Fenster aufgegangen auch das mache ich mal ein bisschen größer und hier kann ich jetzt alle Funktionalitäten solch einer ide benutzen hier ist automatische Einrückung eine Zeilennummerierung ist da ja und jetzt kann ich sagen hier return x times x so das ist jetzt meine Funktion dann gehe ich aus dieser Variante wieder raus jetzt habe ich das hier drin stehen und jetzt mit einem einfachen Tastendruck ups Entschuldigung ich habe noch gar nichts da zum ausgeben vielleicht sollte ich noch sowas schreiben wie y is quadriere 3 und dann sage ich print y jetzt habe ich was ordentliches hier stehen was ich auch ausgeben kann wo ich auch eine Ausgabe habe und wunderbar da kommt noch ein raus ja also das kann ich machen und auch da das werde ich in der Serie zeigen dies was was da rauskommt ja das kann ich natürlich in der Variablen speichern und diese Variable kann ich dann in einem neuen Codeblock wieder aufnehmen und wieder damit arbeiten aber das Beste ist ich bin nicht hier auf Python beschränkt sondern mein neuer Codeblock könnte zum Beispiel in R sein weil es gibt vielleicht in R dieses neue fancy fancy statistische Paket das gerade in diesem Artikel beschrieben wurde und das möchte ich ja ausprobieren und vorher habe ich aber meine Daten alle mit Python aufbereitet und habe jetzt so eine tolle so einen tollen Table hier produziert und den möchte ich aber dann in R weiterverarbeiten und das kann ich ja einfach machen ich kann einfach zwischen den Programmiersprachen wechseln und das ist sehr 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 mächtig und natürlich kann ich das hier auch wieder ganz einfach exportieren also hier sage ich hier jetzt mal L und O und jetzt sollte hier ein Lattich-File machen und PDFs kann er natürlich Emacs natürlich selbst öffnen und wunderbar hier ist etwas rausgekommen natürlich noch nicht so hübsch und so weiter in so einer Standard Art und Weise aber das könnte ich natürlich alles noch anpassen sehr häufig benutze dann natürlich auch Journaling also sprich Tagebucheinträge sind auch im wissenschaftlichen Arbeiten immer wichtiger werden ja auch gefordert also das was man ja unter dem Stichwort reproducible research nennt einerseits helfen ja schon diese Geschichten Text, Code, Text und so weiter Versionskontrolle ich sehe wann hat sich was geändert ich dokumentiere so den ganzen Verlauf meine Gedanken wie sich der ganze Code aufbaut aber auch das Thema Journaling ist enorm wichtig ich möchte ja jeden Tag immer so ein bisschen reflektieren was habe ich eigentlich getan in meinem Forschungsprojekt wo waren so die Schwerpunkte wo hatte ich Probleme und so weiter und so weiter auch das ist ganz einfach theoretisch eigentlich nur mit einem Tastendruck kann ich einen Journal Eintrag machen und ja kann irgendwas das war heute so kann das machen und dann kann ich das aufrufen auch hier das habe ich noch nicht als Bookmark gespeichert dann gehen wir mal direkt hier rein Journal und ja hier sehe ich sind einfach Einträge für jeden Tag für jeden Monat werden hier angelegt mit einem Tastendruck und ich kann das in verschiedensten Dateien speichern und ich sehe sofort wie mein ganzer Forschungsprozess mein ganzer Forschungsverlauf war und kann mir hier jeden Tag minutiös mehr oder weniger reinschreiben und auch persönlich ist es natürlich ein riesen Vorteil Tagebuch zu ein Tagebuch zu führen und sich zu reflektieren und so weiter dann und das ist wirklich witzig man mag es kaum glauben ja Orgmode kann auch Tabellenkalkulation wenn man natürlich viel mit Python und R arbeitet dann braucht man eigentlich Tabellenkalkulation nicht so oft aber so in der täglichen Arbeit ist es natürlich schon wichtig sich die ein oder andere Tabelle zu zu führen zu erstellen und das zeige ich kurz gehen wir nochmal hier in diese dieses Orgfile gehen wir hier mal ein bisschen hoch und fügen jetzt hier mal eine Tabelle ein und das geht ganz einfach indem man hier so einen senkrechten Strich macht dann sage ich hier Name senkrechter Strich und sagen wir hier erstes Examen wieder ein senkrechter Strich zweites Examen und dann machen wir hier noch sagen wir mal hier Gesamtnote und dann Tastendruck und ich habe hier ein Header geschaffen so und dann schreibe ich hier Peter M der hatte sagen wir mal eine 2,3 dann im zweiten Examen da war er ein bisschen besser dann eine 2,1 dann haben wir hier Maria K die war im ersten Examen noch ganz gut und dann aber hat sie sich auch auf 2,1 ein bisschen verschlechtert und noch zu guter Letzt haben wir Stefan F er hat leider im ersten Examen ein bisschen daneben gehauen und dann im zweiten konnte er sich aber wenigstens ein bisschen verbessern so und wunderbar hier habe ich jetzt eine Tabelle und ich kann hier ganz einfach die Spalten herum verändern ich kann natürlich auch die Zahlen verändern ich kann den Trenner hier ein bisschen heruntersetzen ich kann mir zum Beispiel auch wenn ich das möchte gehen wir mal hier her und sagen ich brauche hier noch zum Beispiel wann war dieses Examen ja da kann ich sagen okay das war irgendwann im Juli 2. Juli machen wir mal das hier weg das brauchen wir nicht jetzt hat es funktioniert so und sowas zum Beispiel und jetzt möchte ich hier unten hier drüben die Gesamtnote noch ermitteln also das ist ja eigentlich nur der Durchschnitt der beiden Noten hier und wie das natürlich für ein ordentliches sich für ein ordentliches Tabellenkalkulationprogramm gehört kann ich diese einzelnen Felder ansprechen also das heißt ich kann mir das erstens mal hier anzeigen lassen wie ich diese einzelnen Spalten also das ist die Spalte $1 Spalte $2 und das ist eben die erste Zeile zweite Zeile und so weiter gerade bei großen Tabellen ist das natürlich wichtig und dann kann ich hier wieder durch so eine Org Mode Funktion die da so aussieht nee nicht table name table fm heißt kann ich jetzt sagen na gut dann mach doch bitte in den Zeile 3 ähm ja genau $4 bis ähm 5 $4 da möchte ich mehr oder weniger ähm hier $ oder die Durchschnitt von äh 2 ist das und 3 zusammenrechnen und dann kommt hier der Durchschnitt raus ja genauso könnte ich diese Sachen auch summieren und ich könnte ganz komplexe Formeln auch drauf anwenden und damit das nicht so hässlich aussieht nehme ich hier wieder diese ähm Marker weg und ja so und das Witzige ist und jetzt wird es wirklich crazy ähm ich kann jetzt dieser Tabelle einen Namen geben ja äh auch wieder äh Quatsch hier mit plus table name die nenne ich jetzt einfach data und jetzt kann ich hier ähm runtergehen ähm machen wir machen wir mal hier so ein neues äh so neue Source auf äh ja das soll auch Python sein machen wir das einfach mal mit Python hier und dann gehen wir da mal rein und dann sagen wir mal Import Entschuldigung Import Pandas spd und dann sagen wir data ist gleich ähm also data wie nennen wir das df ist gleich data. ups data an das pd. punkt data frame data und dann sagen wir gut dann geben wir doch einfach mal dieses print print wir machen das doch mal so Python konform und ähm geben dem ganzen mal einen underscore so Python erwartet ja Underscores und ähm wir wollen aber uns hier nur so ein hat anzeigen so okay also wir laden eine tabelle als data frame und geben das ganze dann aus und ähm und ähm dazu müssen wir aber noch sagen äh was hier ähm dieses data diese data variable ähm sein soll und da gehen wir hier rein und sagen die variable ähm ähm data äh ist ist gleich data also dieser tabellenname da oben heißt ja data und das soll dann auch data hier in diesem Sourceblock heißen und jetzt schauen wir mal ob das hier jetzt funktioniert wir evaluieren das mal und ja wunderbar ähm er hat tatsächlich diesen diese tabelle da oben genommen hat es in einen data frame umgewandelt mit pandas und äh gibt es hier wieder aus wunderbar das heißt ich kann ähm ähm Tabellen die ich in Orgmod erstelle ich kann diese Tabellen auch als csv importieren und so weiter und so weiter das heißt ich kann mir Sachen anzeigen lassen ich kann die Sachen verschieben ähm oftmals braucht man das ja oder manchmal möchte man auch selber sowas erstellen und dann kann ich in meiner Programmiersprache einfach mit diesen Tabellen arbeiten und das ist natürlich ziemlich genial und nach wie vor alles was man hier sieht alles was hier steht wenn ich das jetzt speichere hier das ist reiner reiner Text ähm das wird fast nie wieder verloren gehen okay gut ähm wir sind schon ganz schön über der Zeit aber es gibt so viel äh was imix kann deswegen nur noch äh ein paar letzte Sachen äh Mail-Programm natürlich ich benutze äh äh das Ganze natürlich als Mail-Programm und kann hier meine ganzen Sachen anzeigen lassen kann zwischen den Mails hin und her springen äh kann neue Mails schreiben und so weiter und so weiter das funktioniert natürlich super mit ähm Emacs lässt sich auch wieder mit Org-Mode verbinden das heißt ich kann aus E-Mails heraus Aufgaben erstellen Kalendereinträge erstellen und so weiter und so weiter ähm ich kann mit einer iPhone App zum Beispiel auch diese ganzen Meetings diese Einträge diese Tasks mit meinem Kalender synchronisieren auch das geht also es ist wirklich wirklich verdammt viel möglich was haben wir noch auf der auf der Liste heute Zeiterfassung ja ich kann ähm sogar die Zeit erfassen ähm das zeige ich jetzt nicht mehr wir sind leider schon ähm über der Zeit drüber die ich eigentlich über Emacs und Org-Mode sprechen wollte und es gibt noch so viel so viel mehr ja äh ich kann Spotify damit steuern ich kann äh chatten ich kann einen Newsreader äh damit bedienen ja ich kann sogar das ein oder andere Spielchen spielen ja das sind natürlich textbasierte Spiele vor allem ja aber es gibt sogar einen Schache-Emulator ähm es gibt äh ich hab Zugriff auf ein riesen Archiv von alten Text-Adventures ne so alt sind die gar nicht da kommen immer wieder noch neue Text-Adventures raus oder man nennt es ja jetzt auch interaktive ähm ähm Romane also Interactive Fiction und vieles 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 mehr und das soll euch einfach äh Lust machen auf Emacs ja auf dieses dieses Arbeiten das mal auszuprobieren das Ganze ich hoffe ich konnte euch heute ein bisschen was zeigen was ich in meiner täglichen Arbeit so mache es äh äh war natürlich jetzt sehr sehr viel ähm und deswegen lade ich euch ein ähm 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 drückt wenn euch das Ganze gefallen hat auf Abonnieren ja ja abonniert meinen Kanal ähm damit ihr auch ähm drückt auch auf die Glocke damit ihr informiert werdet wenn die Serie weitergeht ähm ähm der nächsten Folge wollen wir uns dann mal das so so nackte Emacs anschauen wir wollen uns also Emacs herunterladen wir wollen es starten und ich zeige euch wie ihr euch in Emacs zurecht findet was es für Tastenkombinationen gibt und dann wollen wir natürlich auch schauen wie wir Emacs erweitern können und dann wollen wir uns Orgmod anschauen und wir wollen das Ganze einfach so ein bisschen durchgehen wie auch ihr wenn ihr äh 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 vor allem vielleicht auch wissenschaftlich arbeitet vielleicht seid ihr auch als Programmierer Programmiererinnen unterwegs wie auch immer ich will euch einfach zeigen wie ihr Emacs in euren Alltag integrieren könnt und ich freue mich äh wenn ihr wieder einschaltet wenn ihr dabei seid und bis dann bis zum nächsten Mal